HAMA präsentiert Lenkräder und Gaming-Pads für iPhone und iPod Damit werden alle Racing- und Actionspiele, die über die Bewegungssensore gesteuert werden, noch realistischer. Einfach iPod oder iPhone einrasten und los geht's! Erleben Sie ein vollkommen neues Spielgefühl. Die HAMA Lenkräder und Gaming-Pads für Apple iPhone, iPod Touch und iPod Nano. HAMA. Die passende Lösung.